Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr draußen wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Wir sprechen heute über einen Artikel, der rausgekommen ist, zu Mitchell Weiser und Ole Werner, so ein bisschen eine Kombination. Denn Weiser Offensiv Experiment wird fortgesetzt, so wurde es in dem Artikel geschrieben. Entschuldigung, ich werde euch den natürlich unten verlinken, erster Link in der Videobeschreibung wird der Artikel sein. Denn ihr könnt gerne mal eure Meinung unten reinschreiben, wo seht ihr Weiser in den nächsten Wochen lieber? Rechts, weiter vorne, wo auch immer, schreibt es einfach gerne mal rein. Lasst gerne ein Däumchen da oben da, gerne ein Abo dalassen. Ganz wichtig, Freunde, morgen ist der Talk mit Björn Knips. Das heißt, habt ihr noch Fragen oder Themen, worüber ich mit Björn sprechen soll, dann schreibt sie jetzt auch in die Kommentare rein, gerne. Ich werde mir die heute Abend alle durchlesen und werde dann daraus Fragen nehmen, beziehungsweise Themen auch nehmen, für den morgigen Talk. Gerne könnt ihr das mal machen unten. So, dann würde ich sagen, wir beginnen. Ich hoffe, den extra Daumen habt ihr schon gedrückt. Die 300 Likes müssen wieder voll gemacht werden. Und dann zeige ich euch als allererstes mal den Artikel, der eben rausgekommen ist. Und das ist der hier gewesen. Wer das Weiser Experiment geht weiter. Ich werde euch den unten verlinken, dann könnt ihr euch den komplett durchlesen. Wir machen das Ganze jetzt hier komplett aus meiner persönlichen Meinung oder beziehungsweise wie ich das Ganze sehe. Und warum ich auch finde, das werde ich euch auch erklären, dass das vernünftig ist, dieses Experiment in Anführungszeichen fortzusetzen. Und da eben nicht dieses typische, was ja sowieso heutzutage, heutzutage ist ja alles irgendwie immer in einem Extrem. Entweder bist du dafür, du bist dagegen, entweder ja oder nein. Aber diese Mitte geht ja irgendwie vollkommen verloren. Hier bin ich wieder ganz klar dabei, bei dem, worum es auch in den Artikel geht und auch was Ole Werner sagt, das eben weiter als Option zu sehen. Mit Mitchell Weiser, auch offensiv. Und ich glaube, dass das eben die gesündeste Alternative ist, weder zu sagen, er ist nur rechtzeitig, noch zu sagen, er ist nur vorne, sondern die ganze Situation halt eben mit anzuschauen. Und wenn man jetzt bei Mitchell Weiser mal überlegt, natürlich hat er ein super Spiel gemacht gehabt, jetzt am letzten Wochenende. Das ist ja ganz, ganz klar. Ich glaube aber, es ging einigen von uns so, dass wir vielleicht eine kurze Enttäuschung auch hatten, weil, was hat das Ganze zur Folge gehabt? Ich habe das Ganze auch in die Startelf gerutscht, also auf den Rechtsteil gerutscht ist. Richtig, Derrick Köhne ist ausgewechselt worden, beziehungsweise nicht in der Startelf gewesen. Ich habe mal eine Top-Besetzung gemacht, mal gerade, wie unser Kader, ich sage mal, stand jetzt aus dem Wörter, wenn alle fit sind, wenn alles tippitoppi ist, glaube ich, dass Jung seinen Stammplatz noch verlieren könnte. Deswegen habe ich mal stark hingemacht, darum geht es aber in diesem Video gar nicht, also macht da hin, wen ihr wollt gerade im Gedankenkreis. Hier geht es nur mal darum, wenn wir sagen, das ist die Top-Besetzung, du kannst jetzt einen Brüll natürlich auch nicht mehr raustun, er hat super Spiegel gemacht. Wenn er das bestätigt, dann hat er auch seinen festen Stammplatz erstmal, bei Jimmer wird es spannend, wenn er zurückkommt, ob er hier um Dux kämpft oder einer dieser Positionen hier eventuell einnimmt. Agu kannst du auf gar keinen Fall raustun, das sage ich auch schon seit Wochen, Agus Kurve ist viel zu steil nach oben, dass du den raustun könntest. Der hat, seit er von seinen Verletzungen zurückgekommen ist, wirklich eine Entwicklung gemacht, das ist richtig, richtig geil einfach, das muss man so sagen. Und eigentlich gehört Köhn auch in die Startelf, auch bei dieser Truppe hier. Das Ding ist, wenn du Weiser natürlich recht spielst, kannst du Köhn nicht spielen. Spielst du Köhn, kannst du Agu nicht spielen. Das heißt, einer der Jungs ist immer draußen. Und ja, ich bin auch voll dabei, wenn man sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft, absolut. Trotzdem halte ich diese Jungs für so stark, dass ich sage, eigentlich kannst du die nicht rauslassen. Und es wird nicht bei jedem Gegner das, ich sage mal, das Ding sein oder der Luxus sein, dass du einen Weiser auf rechts spielen lassen könntest. Denn eine Sache muss jedem klar sein, der sagt, ey, wenn wir Weiser rechts spielen lassen. Weisers ganz stark klare Stärken sind in der Offensive. Defensiv hat er schon immer seine Wackler gehabt. Das wird sich auch, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr ändern. Das ist auch nicht schlimm, weil Weiser eben offensiv so brutal stark ist und trotzdem Kämpfer ist. Er arbeitet ja auch mit nach hinten. Aber er hat halt, und das haben wir auch jetzt gegen Wolfsburg immer wieder gehabt, wie heißt der nochmal, Amura, so Amura, immer wieder hat das auch erkannt gehabt, die Lücke gesehen und ist dann in diesen Raum, wo Weiser dann eben reingerutscht ist, ist immer wieder hier reingeflogen sozusagen. Und wir waren da nie Mann gegen Mann besetzt. Anders als bei Agu, der war ständig im Zweikampf gegen Baku, weil eben Agu auch seine ganz klaren Stärken in der Defensive hat. Anders als Weiser. Und deswegen ist es so ein Ding. Agu ist eigentlich der Verbindungsspieler. Egal, wen du spielst, ob Köhn oder Weiser auf außen, du musst Agu auf der anderen Seite spielen, damit du zumindest ein bisschen so ein Gleichgewicht hast, wenn es darum geht, zurückzuarbeiten. Weil Agu einfach, wie gesagt, viel mehr noch nach hinten tut. Und Köhn und Weiser ihre ganz klaren Stärken in der Offensive haben. Jetzt kommen wir aber zum Ding. Wir haben bei Romano Schmid und Marco Grüll sehr, sehr wenige Alternativen überhaupt. Weiser hat gezeigt, er kann eine echte Alternative sein. Das heißt, wenn mal Romano Schmid oder Marco Grüll ausgewechselt wird, dann sehen wir in letzter Zeit auch oftmals zum Beispiel Kierke Topp. Dann spielen wir in einem Zweiersturm. Aber Kierke Topp ist kein Spieler, der eigentlich hier spielt. Das heißt, Kierke Topp wäre eigentlich der Einwechsler für Marvin Dux, wenn man mal das Ganze so ehrlich sieht. Das heißt, sagen wir mal, ein Jimmer kommt wieder, dann kämpft Grüll gegen Justin Jimmer. In diesem Zweikampf auch um die Startelf, vielleicht. Ein Jimmer könnte natürlich auch weiter vorne spielen, aber nehmen wir ihn nun mal an. Für Romano Schmid gibt es gar keine Alternative. Für Romano Schmid gibt es überhaupt gar keine Alternative. Das heißt, die logische oder was eine absolute Option ist, auch im Spiel zu machen, wäre, wenn Romano Schmid mal verletzt ist oder nicht mehr kann, hier eben Weiser vorzuziehen und für Weiser dann eben einzuwechseln, beziehungsweise für, im Grunde genommen wechselst du dann für Romano Schmid ihn ein, Derrick Köhne. So, das heißt, das hier wäre dann die Option, dass Weiser hier hingeht, Köhne kommt rein, geht dann auf die Agro-Position und Agro spielt dann rechts. Das wäre der Switch, die Alternative zum zentraloffensiven Mittelfeld, weil wir keine Alternativen dort sonst haben. Für die Leute, die sagen, ey, was mit Scali Alvero, den hast du total vergessen. Alvero wäre, wenn, dann für Stay die Option, aber nicht für weiter vorne. Also, in dieser neuen Formation, die ich übrigens absolut begrüße auch, ich finde die neue Formation super an diesem 3-4-2-1, diese Doppel-10-2-Kreative um den Stürmer rum, finde ich sehr, sehr gut, gefällt mir wirklich gut. Ich hoffe, dass die auch weiter gespielt wird. Da war ich auch echt erleichtert. Ich dachte nämlich erst, dass alles über den Haufen geworfen wird, wo ich die Aufschande gesehen habe. Das Weiser wieder zurück und dann alles über den Haufen, aber nein, es wurde eigentlich alles weiter übernommen. Weiser und Schmid haben auch für die, die es nicht gesehen haben, permanent die Positionen getauscht. Die zwei besten Aktionen von Weiser, sagen wir mal, von den drei besten Aktionen waren zwei durch die Zentrale. Einmal, wo Weiser hier den Abschluss hat, einmal Weisers Tor, was dann von hier ungefähr war. Und eine Aktion, wo Weiser von außen hier den Ball so reingespielt hat, was auch top war. Aber ja, dass die besten Aktionen von Weiser waren, wo er abgekippt ist, also wo er in die Mitte gegangen ist und daraus wieder seine Situation hatte. Weil Weiser schon öfters auch gezeigt hat, dass er aus dem Zentrum heraus Gefahr anfacht. Gerade im Abschluss hat er die meisten Gefahrensituationen immer aus dem Zentrum heraus. Und bei Flanken ist es dann eben schön, ihn auf den Außen zu haben. Deswegen spielt er das Ganze ja sehr, sehr variabel, auch auf der rechten Außenbahn. Und dann, Romano Schmid selber lässt sich auch gerne mal abkippen, weil er über Außen dann mehr Platz hat. Also auch das ist eine absolute Möglichkeit. Vernünftig ist, dass man immer, glaube ich, alle Situationen sieht und diese dann auch als wirkliche Alternative nimmt. Und das sagt auch Ole Werner in dem Bild-Interview, dass er halt eben Weiser gezeigt hat, wie flexibel der ist. Und dass uns diese Flexibilität gut tut und dass man das auch weiter beachten wird. Und das ist auch genau richtig. Ich finde es überhaupt nicht richtig, wenn man jetzt sagt, genauso wie nach dem Freiburg-Spiel, fand ich ganz schlimm. Nach einem Spiel gab es so viele, die geschrieben haben auch, ja, damit ist ganz klar, Weiser darf nicht mehr offensichtlich spielen, nur noch Rechtsverteidiger. Jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel sagen die nur noch RAV. Vor dem Freiburg-Spiel hat man dann geschrieben gehabt, oh, Weiser vorne, super, super geil. Weil das ist für mich alles zu extrem. Für mich war das Wichtigste zu erkennen, ey, Weiser funktioniert auch vorne, geil. Habe ich immer auch gesagt, habe ich immer mich auch darüber gefreut, wenn Weiser dieses Vertrauen bekommen hat. Das finde ich super. Genauso finde ich es aber auch absolut in Ordnung, wenn er als RAV spielt, wenn das für die Mannschaft am Ende das Beste ist. Und er dadurch auch wieder seinen Platz findet, trotzdem die Möglichkeit hat, nach innen zu ziehen. Nur nochmal, du hast nicht immer den Luxus, den Weiser da zu gönnen. Weil, wenn Weiser hier mit aufrückt und Romano Schmid dann oftmals die Seiten tauscht, dann ist das ja so ein bisschen so, dass Schmid dann reinspielt. Aber hier, sagen wir mal, wenn wir jetzt alle aufgerüht sind, so. Aber wenn hier dann der Ball reinkommt, hast du immer wieder Platz ohne Ende. Felix Agu kriegt das besser hin, weil er, da muss man einfach sagen, er hat echt ein super, super starkes Grundtempo auf Dauer, also auf Strecke. Er läuft eigentlich fast die ganze Zeit diese Geschwindigkeit, hat eine super Endgeschwindigkeit auch und ist extrem laufstark in diesen Bewegungen. Weiser nutzt seine Laufstärke, die er ja auch hat, viel mehr hier in der Offensive halt rein, weil er halt oft reinzieht. Wann siehst du Felix Agu mal auf so einer Position hier? So, Felix Agu ist so gut wie nie in so einer Position. Agu geht hier, Agu macht hier den absoluten Schienenspieler. Das, was du eigentlich auf der Schiene ja auch machst, das, was wir auch bei Köhn oft sehen können, zieht maximal bis hierhin rein. Aber Weiser ist ja, guck mal allein, wo er jetzt positioniert ist, Weiser ist oftmals hier, da macht er auch sogar die Tore. Also deswegen, ja, ist das eine absolute Alternative, beziehungsweise auch etwas, was man sehen muss. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch so, wenn jetzt zum Beispiel ein Marc Reu in den nächsten Wochen auch nicht wieder so funktioniert, wie wir es jetzt gesehen haben oder auch ein Romano Schmid mal platt ist, hast du halt immer die Option und ich glaube, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, dass das niemanden jetzt extrem Sorgen bereitet, wenn man diesen Switch hier macht. So, wir machen jetzt mal ganz kurz den Weiser hier erstmal wieder raus. So, zack. So, wartet mal hier, zack, zack, zack. So, wenn man dann auch mal wieder so eine Elf sieht, zack, 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 so, dann ist das, finde ich, auch absolut in Ordnung. So, wenn man das dann auch so eben sieht und so aufbaut. Weil du so natürlich ein enormes Tempo über außen hast mit Köhn und Agu. Das muss man einfach echt sagen. Unsere Innenverteidigung, wenn die mal so spielt, wenn alle fit sind, es hat auch tempomäßig eine absolute Übermacht für eine Innenverteidigung. Stay und Senna sind in dieser Formation absolut gesetzt. Auch da gibt es mangelnde Alternativen. Also Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, kreatives Mittelfeld, das werden definitiv Baustellen sein für die Kaderplanung auch. Du brauchst auch eine richtige Alternative noch für die Doppelzehen. Ich glaube, dass man da weiter gucken wird. Du brauchst eigentlich dann jemanden für Außenverteidiger, vielleicht sogar noch für die Breite. Also das werden definitiv unsere Themen sein in dem Ganzen. Oder zumindest das, was ich mir vorstellen kann. Aber so hältst du auf jeden Fall eine andere Alternative, die auch absolut Sinn macht und wo man auch sagt, ja, das kann man durchaus so spielen. Und dann ist das auch in Ordnung. Und ich glaube auch, ein Weiser ist da wirklich ein Spieler, der total offen ist bei sowas. Und das muss man einfach so sagen. Ich zitiere auch mal ganz kurz, wie heißt das, Ole Werner. Mittelfeld kann uns auch eine Reihe weiter vorne helfen. Heute haben wir mit dem Mann auf Mann gerechnet und wollten ihm ein bisschen mehr Platz nach vorne geben. Und das war auch das Ding. Deswegen hat der auch so flexibel da gespielt. Das ist halt das Ding. Viele sehen dann nur, ja, der hat ja eher vorgespielt. Ja, aber in welche Räume hat er sich reinbewegt? Der war der freieste Spieler von allen. Also der war der Spieler, der am wenigsten positionstreu gespielt hat. Was auch gut war, so ganz klar. Für uns ist wichtig, dass er unter Druck auch mal damit hilft, eine Reihe weiter nach vorne zu kommen. Für heute hat es gut funktioniert. So, wir wollen uns da nicht einschränken. Können wir auch gar nicht, wenn ich mal so auf das Personal gucke. Deshalb müssen wir alle Möglichkeiten, die uns Woche für Woche helfen können, ausschöpfen. Es kann auch eine Lösung sein, dass er dann wieder eine Reihe weiter vorne spielt. Das sagte Ole Werner und bestätigt das, was ich gerade eben ja auch gesagt habe schon. Du musst diese Flexibilität beibehalten. Du musst das Ganze sehen, auch bei dem Kader. Was haben wir überhaupt für Möglichkeiten? Weiser ist definitiv weiter eine Option, auch weiter vorne. Aber eben auch auf RAV. Wichtig ist da auch so ein bisschen, was macht Köhn. Denn auch er ist ein absoluter Spieler, der um die Startelfplätze spielt. Und der kann nicht nur in Konkurrenzsituation mit Agu stehen, weil Agu dafür, wie gesagt, auch zu stark ist. Ja, schreibt mal gerne rein, was ihr dazu sagt, wie ihr das Ganze seht. Ich glaube, dass man jetzt hier, oder dass ich mit dem Video einfach nur mal so einen Weitblick darauf noch mal werfen, dass man sich nicht so einschränkt. Nur RAV, nur das, nur das. Sondern wirklich sieht, ey, wir haben hier eine gute Situation. Im Allgemeinen bin ich sehr, sehr zufrieden gerade bei Werder. Ey, wir sind Achter. Das ist super geil. Toller Saisonstart. Es wäre, glaube ich, sogar noch mehr drin hier gewesen. Aber es ist gar nicht traurig, sondern es ist einfach nur so ein Benefit, dass du sagst, ey, es wäre sogar noch mehr drin gewesen. Auch wenn es in dem Moment da manchmal nervt, wie auch gegen Freiburg zum Beispiel. Ich glaube, gerade da hätte man vielleicht noch mal ein gutes Stück mehr machen können. Aber gut, sei es drum. Jetzt kommt Leverkusen. Stellt euch mal vor, dass wir das Ding ziehen. Das wäre ja übergeil. Aber da lassen wir uns gerne mal drauf abwarten. Für mich geht es ja morgen nach... Ne, morgen. Übermorgen. Übermorgen geht es nach Bremen. Freue ich mich schon sehr drauf. Bin am ganzen Wochenende dann in Bremen. Ich hoffe, ich werde den ein oder anderen von euch dann auch wieder treffen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Morgen wird es einen Doppel-Upload geben. Zum einen der Vorbericht nach der Pressekonferenz. Und morgen Abend gibt es dann das Video für euch mit Björn Knips. Den Werder Talk. Da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, gerne weitere Fragen rein. Und dann werden wir das morgen machen. Ihr könnt sehr gerne, wenn ihr mögt, jetzt meinen Zweitkanal noch abchecken. Wenn ihr ein bisschen Unterhaltung haben wollt. Das ist unglaublich. Die Foodtour durch den Allgäu, bayerischen Allgäu, geht immer höher. Fast 3000 Leute haben wir den jetzt gesehen. Freut mich total. Im Werder Trikot natürlich auch auf dem Nebelhorn auf 2200 Meter Höhe gewesen. Auch das könnt ihr gerne abchecken. Ja, und dann wird es da wahrscheinlich heute Abend sogar auch schon wieder eine neue Folge geben. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer Nico und ciao, ciao.